Was würdest du dich wundern, wenn ich darüber nicht schmunzeln müsste, oder was? Wenn er das nicht schon kennen würde. Ach so, ja. Wir haben diese. Wir haben diese. Ich hab kein Distortion dabei. Ich schon. Es ist ne Oni, kein Oni, ne Oni. Ja, und er hat mich. Und die Oni. Und die Macaroni. Schack, bist du? Schack, bist du? Es leid einer nicht. Was? Oder Schack? Bagheera. Oder Dark Sheerah. Die ist auch Oni-Main. Zeig ihm die Möhrenkuppe. Und er hat auch Sam gepresst. Er hat Sam gepresst. Er hat Sam gepresst. Ich glaube nicht. Und er hat auch Sam gepresst. Und ich hänge jetzt. Was, Alter, ein wenig. Jen ist fertig. Jen ist fertig. Und der Skillcheck knallt trotzdem noch. Ach das Ken? Ja, das hab ich mir auch schon passiert. Ist mir auch schon passiert. Ja, ich habe keinen Saboteur dabei. Ja, macht das vielleicht trotzdem für seine Fähigkeiten. Ähm, ja, genau. Ist gerade einer, Cheryl. Ja. Ich warte mal kurz. Scheiß Kambus! Langsam müsste mal jemand kommen. Ja, ich bin ja schon da. Ich wollte jetzt gerade seine Phase abwarten. Nee. Oh. Och ja, so halb um die Ecke. Naja, gut. Was hab ich erwartet. Also eben war da voll das Gemüse entgegen. Da dachte ich kann da durchlaufen und dann... Nee, die gibt's doch nicht. Naja. Die lebende Fackel sucht mich, aber findet mich nicht. Ja, bei Fantastic Four, dann. Ein Ticker hat der Gem zurück in der Hauptgebäude? Nö. Kommen Sie, kommen Sie, heilen Sie, heilen Sie. Kommt, kommt. Sohn der Angeloras. Lauf. Lauf, 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 lauf. Äh, Leute, er hat Ruinen, wollte ich nur mal gesagt haben. Was? Was ist das für ein Meme? Er hat wirklich gekriegt. Ich lieg in Palette. Ich lieg in Palette. Schaff ich nicht, schaff ich nicht. Nee. Weißt du nach Konja auf der Amauka letztens, wo du für mich am Ruintotem denken musstest? Ja. Gegen die. Ich bin bei... Du warst ja auch dabei. Ich bin bei Sepp. Echt? Ach da. Ich bin der Busch. Aber der ist mir doch für meinen Geschmack noch ein bisschen zu nah. Ja, der geht jetzt aber da zu der Person, die hier am Pavillon den Gen... Machen wir nur okay. Beim Casino? Das ist das. Das Casino? Genau, das Casino. Ja. Gib mich Lieder. Ach komm, du Pisser. Geh. Elender. Was soll denn der Mist? Sehr gut. Er geht auf mich. Das ist ganz gut. Ähm. Wo ist die Palette? Links, rechts, unten? Links, rechts, unten? Wo ist die Palette? Jetzt Fallout. Wo ist die Palette? Jetzt komme ich hier. Dass ist Toten. Jetzt liege ich aber. Ich hab Urin gefunden. Ich wurde es. Ich wurde es weg. Wasser, das Eier legt die Schänge. Ich wurde es tot und wir bringen so ein bisschen nachvoll... Ja, da war ich auch wie so ein Geier-Hinnerwehr. Ähm, ich glaub, ich hab so das Gefühl, er hat ein Drei-Gin auf der Main-Building-Seite. Er jagt das Einhorn. Oder auch nicht. Scheiße. Nee, du hängst da. Ja. Und es kommt niemand. Ja, dann geh ich fetten. Geht ja nix. Ist ja irgendwie ein Katzenwürfel. Oh, ohne Böse. Oh, ohne Smash. Wo geht Schaden? Ich hab Sorge. Ich hab meinen Hilf genommen. Gerne, danke. Nein, ich werd jetzt nicht wussten. Was blöd ist, er sieht halt eben die Blutbart, als wir immer so hier verlieren. Das Glück hab ich jetzt hier ein Bohnen aufgestellt. Ja, aber trotzdem. Ja. Ja. Oh, ne. Er geht weg. Und also, hier war's. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Das, was... Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Oh, Scheiße. sag ich mal warum ist er jetzt seiner Power aus und zum Beispiel ich versuche es zum Einholen zu schaffen oder auch nicht der hat irgendwo die Luft geschlagen und trifft natürlich ist Klaas er geht zum Haken zurück Leute kriege ich weg oh der Jen hat mir den Arsch gerettet kriege ich weg Leute damit ich den Stellung hoch oh Gott versuch ich schnell da unten geht's ab bei mir ah oh 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 Gott gibt's hier nicht auch noch einen schönen Wald irgendwo ja egal meine Latenz sagt eh nö und naja egal boah ich versuche mich dann gleich mal komplett hoch zu halten das ist mal schön ein ja ja er geht nicht so richtig zu euch sondern ihr vorbeigemann ja doch jetzt hat er uns aber gesehen hier ja komm dann er geht auf mich nee er geht nicht auf mich nein nein komm wir gehen und erst ein bisschen ok wieso ist der so schnell ich lieg in der Palette ja das schaffe ich das bis dahinten hin also wieso war der grad zu schnell der hatte bestimmt noch einen Speed aus einem anderen Chase grad schaden 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 n 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 aber n 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 r n n n Psssss! Der Typ heißt Hexenot! Scherpst! 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 Scheiße! Wenn er clever ist, dann daunt er sie jetzt und kommt dann zu mir gerannt. Er ist dabei! Er hat gewiffed. Ist ja ganz gut. Wenn ich es jetzt gesagt habe, wird sie gleich liegen. Wer hat denn das? Ja. Natürlich. Seine Power ist vorbei. Er hebt sie auch auf. Ja, ich warte kurz. Blatt geworden kann zwar nicht mehr rein, aber... Einfach mit dem Prinzip. Ja. Der Barbecue? Lol. Ja, mach damit lief es doch so. Ja, aber davon habe ich die ganze Runde über nichts gemerkt. Deswegen. Muss ich gerade mal überlegen, ob ich was... Ja, wie gesagt. Tatsächlich ruhig. Keiner in uns gehabt. 48! Ach nee, Quatsch. Da fehlen ja noch 12. Okay. Ich wollte schon meckern. 48 bis 58. So rum. Was ich auch? Du bist schon her! Aber da ist alles gut! Geiger. Wenn etwas nicht, kann ja. Ich bin jetzt. Nein, du bist so. Und du bist so großartig. Du bist so großartig.